Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zum aktuellen Wetterbericht aus Fröndenberg an der Ruhr präsentiert von der Handelsvertretung Jörg Lehmann aus Halle und vom Reisebüro Monika Stabenau aus Fröndenberg. Die Bauernregel des Tages von Donnerstag, 27. Oktober, die sagt uns, wie im Oktober die Regen hausen, so im Dezember die Stürme brausen. Nun ja, Stürme gab es heute nicht über Fröndenberg. Das Ganze war eher gut temperiert, wie ihr seht, bei einem Blick heute Morgen durch meinen Garten. Hier übrigens der wilde Wein an meinem Hühnerstall. Ja, der hat jetzt auch kaum noch Blätter, also die Blätter fallen überall, lässt sich nicht aufhalten. Die Höchsttemperatur heute war 13 Grad und in der Nacht geht es runter auf 3 Grad. Und morgen, da erwarten wir ein ähnliches Wetter wie heute. Die aktuelle Temperatur am Nachmittag übrigens 11 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von 72 Prozent. Das war der Wetterbericht von heute, präsentiert von der Handelsvertretung Jörg Lehmann und vom Reisebüro Monika Stabenau. Morgen gibt es auch wieder ein Wetter und bis dahin sage ich in alter Frische.